Der Daybag mit Locket System Der Daybag mit Locket System ist designed für shorter Rides. Es hat ein Volumen von 6-11 Litern und kann auf fast jeder Bicke montiert. Der Vorteil des Locket System ist die Magnetik Locking System, die die Bicke auf die Bicke in eine Sekunde attache. Der Locket System macht den meisten Sinn auf Plastik Tanks, wo ein normaler Magnet-Fixture nicht funktioniert. Just mount the bracket onto the filler cap of your bike and the bag is held strong and safe. The volume adjustment zip gives you the option to increase the volume from 6 to 11 Liters. With this increased volume you can easily fit a rain suit or a second pair of gloves into the tank bag. Auf dem Tankrucksack sind Fitlock On the top of the tank bag there are Fitlock buttons, which can hold additional equipment like a waterproof tablet, smartphone or map pocket. Smartphone Tasche oder eine Kartentasche.